Aktuell werden 7.650 Kinder in den Kitas der Uckermark betreut und aufs Schulleben vorbereitet. Sie profitieren vom neuen Gute-Kita-Gesetz in Brandenburg. Eltern mit einem geringen Einkommen sollen künftig beitragsbefreit werden. Dazu zählen Empfänger von Sozialleistungen oder Eltern, die weniger als 20.000 Euro netto jährlich verdienen. Auch die Uckermark begrüßt den politischen Willen aus Potsdam, kritisiert allerdings die Umsetzung. Die Beitragsbefreiung sei gut gemeint, aber nicht ausfinanziert. Die Kitas erhalten pro beitragsbefreitem Kind von Bund und Land lediglich eine Pauschale von 12,50 Euro pro Monat, anstatt wie früher einen deutlich höheren Ausgleichsbeitrag um die 40 Euro vom örtlichen Träger der Jugendhilfe. Die Kindertagesstätten befürchten nun deutliche Umsatzeinbußen und erhebliche Belastungen. Die Kreisverwaltung will in die Bresche springen und im Kreistag eine Beschlussvorlage zu ergänzenden Zardungen einbringen. Gleichzeitig wurde eine uckermärkische Bildungsoffensive angekündigt.